Herzlich Willkommen zu der Mark Exhibition. Herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Ich heiße Kathrin. So, wie heißt du? Ich heiße auch Vanille. Hallo, Brandi. Wir sind der Mark Exhibition. So, wenn du eine Grip an Mark bekommst, dann kannst du dich in Stadion sein. Und das ist das? Haltball. Ich habe die Kugel. Wir haben die Kugel. Aber hast du eine Idee, was die Germankeit ist? Die Kugel. Warte, die Hände. Wer ist das? Die Kugel. Das ist das. So, du kannst die Kugeln, nicht? So, können wir alle die Kugeln counten? Oh, zwei, zwei, zwei. Du hast drei Ecken. Diese Kugeln. Das ist das Dreieck. Sehr gut. Er hat drei Ecken. Zweie Kugeln hat mein Lutz. Und hat er nicht zwei Ecken. Dann wird er nicht mein Lutz. Auf jeden Exhibit. Auf jeden Exhibit. Auf jeden Exhibit. Und wir sehen uns, die Teacher hat mir die Jungen eine in German an und eine in Englisch. Also die Herausforderung ist, es die Jungen eine in die German. Wir wollen Sie den auch zeigen. Wir sehen uns fast. Das war's für heute. All right, what did you learn? Der Stern. So, wo ist der Stern? Where is it? In Skala. So, wo ist der Stern? So, wo ist der Stern? So, wo ist der Stern? So, wo ist der Stern?